Moin, moin, meine aktiven Freunde und willkommen zu einer weiteren Reaktion auf diesem tollen Kanal. Ja, Leute, heute schauen wir uns an Usual Memes an. Und normalerweise haben wir es immer so gemacht, dass wir nicht lachen dürfen. Aber wisst ihr, wir machen so, wir lachen einfach zusammen. Wisst ihr, wir haben einfach Spaß zusammen. Wir brauchen daraus keine Challenge machen, denn wir haben einfach Spaß. Es ist wichtig im Leben, dass man auch mal Spaß hat. Ja. Und also, falls euch die Reaktion gefällt, könnt ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben und ein Abo lassen. Ich würde mich super darüber freuen und ich würde sagen, lasst uns nicht lange warten und anfangen mit der Reaktion. So, lasst uns anfangen. Komm, wir lachen einfach. Ein Junge, es sieht so aus, als hätte die Hose in die Katze gemacht. Nein, als hätte die Katze in die Hose gemacht. So läuft es ja, Alter. Nein, irgendwas geht kaputt, oder? Ey, die Katze, die Katze, die Schläger geht kaputt. Memo, was ist das? Sünde, Alter. Klieg' eine Katze. Also, ich muss sagen, wir gucken gerade 20 Sekunden und mein Kopf macht... Was hat er da gegen seinen Kopf gehauen? Ich verstehe es nicht. Oh nein, der Hund. Oh nein, das hat ihm bestimmt voll leid getan. Oh, Minecraft. Minecraft ist gut. Hä, was ist das? Ich dachte, es kommt eine geile Drehung. Ähm, dreht sich aber. Mieeeu. Oh mein Gott, es ist zu gürtig. Eine Riesengurke. Oh nein, oh nein, oh nein. Guck, wie gut die Clips sind, Mann. Das macht mich immer happy. So was ist das? Wie ist das? Guck, 50 Sekunden. Mein Leben hat einen Sinn wieder. Alexa, Furz. Mir selbst ist das unangenehm, darum starte ich einen Skill für dich. Okay, hier ist Megafurz. Hallo und willkommen bei Megafurz. Soll ich furzen? Ja. Das war einer der Marke anstrengend. Alex. Du sagst zufällig. Zufällig. Das war einer der Marke Luftballonquai Chair. Frag mich doch mal nach einem knackigen Furz. Oder sag zufällig. Ich will zufällig wieder. Oh nein. Das war einer der Marke cool. Frag mich nach einem zufälligen Furz oder probiere mal den 50 Sekunden Furz-Counter. Alexa, 50 Sekunden Furz-Counter. Alexa. Lautstärke 10. Das war einer der Marke schnell und sag dich. Alexa, aus. Alles klar. Was ist mit meinem Leben los? Das hat absolut keinen Sinn mehr. Hey, was ist hier los? Was? Scheiße, Leute. Wusstet ihr, dass das geht? Also, ich hoffe, eure Alexa hat das gerade auch gemacht, falls ihr eine habt und das Video auch laut abspielt. Wie geil ist das denn? Hat er direkt was Neues gelernt? Ey, mach mal weiter mit dem Video. Mach mal weiter. Nein. Ui. Oh, oh, come on, Baby. Oh. F. Keine Ahnung, wie... Aber die Qualität mancher Videos ist einfach... Insane geil. Hey, der war weiter gerade hin. Scheiße. Kannst du die nicht ausdenken? Hey, Sir, did you order the... Oh, thank you. I'll trade you. Hey, thank you, man. Hey, thank you, man. Ich sag's dir, wie es ist, ne? Immer mehr Männer haben schwarze Finger, ne? Kommt das mir nur so vor? Oder ist das... Das ist irgendwie ein Trend? Ich check's nicht. Egal, war ein guter Club. Was ist denn das für ein geiler Hund? Alter, der ist voll am Weiben. Nice. Ich weiß nicht, ob er sich jetzt freut, oder ob er sich ärgert wegen dem Ding. Ich weiß es nicht. Aua. Ich hab die nicht gesehen. Ich hab die Katze nicht... Habt ihr die Katze gesehen? Ich hab die Katze gesehen. Oh, shit. Ist das ein Android? Ich hab die Katze. Oh, hey, spinnen nicht. Der Vogel geht's gut, Leute. Ich sag's es, wie es ist. Vogel geht's gut. Oh. Oh. So, du hast die Hände, oder? Dann gehst du so. Du bist einfach dumm, Mann! Oh Mann, was soll denn das? Mopst du gerade den Hund? Habt ihr schon mal gesehen und gedacht, wow... Oh! Mautis! Oh nein! So glücklich! Ist das peinlich? Ist das peinlich? Oh mein Gott, prepare yourself! Oh nein! Oh shit! Oh no! Die Dramatik! No! Wie geht der Clip jetzt zu Ende? Was ist denn das? Er macht voll die Spannung und dann nichts! Enttäuschend! Hat er gerade echt einen Stuhl drauf geworfen? Der Junge ist smart! Der weiß, wie das funktioniert mit Feuer! Hehehehe! Nice Sound! Boop! 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 Hunde sind so cool! Boop! 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 Wow! Wow! War schon lässig! Oh Skyrimi! Ein Hund! Sneak! Crease zu... Nein, 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 nein... Moin! Hi, Guess! Katze? Ja! Miao! Hey! Ho! Hi! Oh! Männlichkeit Overload. Hä? Ey, das ist uncool. Habt ihr gerade gelacht? Wenn ja, uncool. Essen, das ist voll Sünde. Ich meine, jetzt haben die Vögel und die Tiere, was zu essen, aber das ist nicht gesund für die. Ich meine, der Hund hat es wenigstens versucht. Er wollte den Teller mitnehmen, sondern schlafen. Ach, ich hätte meine Klappe. Hä? 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 Ich habe mich so mad, denn ich habe eine Pizza für mich, und dann habe ich es in der für mich, und dann habe ich es in der Zeit, und dann habe ich es in der Zeit, und dann habe ich es in der Pizza. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Und dann habe ich es in der Pizza. Und es gibt absolut keine Chance, dass wir es unterhalten können, also es schmeckt wie... Der Zauberwand! Du hast das, Bro. Easy. Moment. Warte, warte. Oh, oh, Polizia. Diese Clips. Ich gar nicht mehr. Weeee. Oh, warum? Schau zu diesen Schuh, Junge. Ah, ich habe... Ich spann gerade mein Po da feiern. Ah, ich spiel den Schmerz von ihm. Oh, Sinde. Oh, süß. Das ist voll süß, ja? Das ist voll süß. So, okay, Leute, das war's mit dem Ja-Wir-Lachen-Zusammen-Video. Ja, wie fandet ihr das Video? Fandet ihr es toll oder fandet ihr es nicht so toll? Auf jeden Fall fand ich das interessant, dass meine... Ihr wisst schon, drüben meine... Alexa, ähm... Ich forzen kann. Ja, das... Also, ja, auf jeden Fall nice. Leute, falls ihr euch die Reaktion gefallen habt, natürlich noch mehr davon sehen. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ich würde mich mega freuen. Rechts kommt ihr zur letzten Reaktion. Und links kann ihr einfach mal drei Kanäle abonnieren. Und ich würde sagen, das war's für den Video. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!